Ich stehe hier vor unserer Kirche. Ihr könnt zur Zeit nicht herkommen. Aber dann kommt die Kirche eben zu euch. Wie das gehen soll? Ich zeig's euch. Kommt mit! Ihr braucht zwei Blätter Papier. Die Farbe ist egal. Ich habe gelb genommen, damit ihr es besser sehen könnt. Dann braucht ihr einen Klebestift und eine Schere. Und mit der Schere bitte ganz vorsichtig, damit es euch nicht so ergeht wie mir. Und dann noch ein paar Buntstifte. Los geht's! Legt das erste Blatt Papier quer vor euch hin und faltet es einmal so, dass die Ecken übereinander sind. Dann faltet es wieder auseinander und faltet es so, dass die Seiten genau bis zu der Mittelkante gehen, die ihr gerade gefaltet habt. Auf beiden Seiten. Dann nehmt das Blatt wieder auseinander, dreht es um und macht es von der schmalen Seite aus noch einmal. So, dass die Ecken übereinander liegen und dann jede Seite bis zur Mitte. Nun nehmt die Schere, schneidet an der schmalen Seite des Blattes genau in dem Knick, den ihr gefaltet habt, ein bis zum ersten Knick, der quer geht. Macht das auf jeder Seite eures Blattes, auf jeder schmalen Seite. Und nun faltet das Haus zusammen. Erst das Dach falten, dann die Seitenwände und dann die vier auf jeder Seite, die vier Zipfel, die ihr gerade ausgeschnitten habt. Faltet zuerst die beiden in der Mitte, die Nummer 1 und die Nummer 2 und dann die beiden äußeren. Und dann nehmt den Klebestift und klebt die beiden äußeren Laschen fest. Jetzt seht ihr schon, wie das Haus aussieht. Jetzt macht es auf der anderen Seite genauso, die vier Laschen festkleben. Jetzt ist euer Haus fertig. Wenn da unten noch ein kleiner Zipfel übersteht, faltet ihn einfach nach innen, der stört nicht. Und nun fehlt noch der Kirchturm. Nehmt das andere Blatt Papier, faltet es wieder in der Mitte, so dass Kante auf Kante liegt. Und dann noch einmal die beiden Seiten jeweils bis zur Mitte falten. Faltet es wieder auseinander und nun faltet von der anderen Seite wieder bis zur Mitte, so dass Kante auf Kante liegt. Und dann eine der beiden Seiten noch einmal bis zur Mitte. Faltet es wieder auseinander. Nehmt die Schere und schneidet auf der einen Seite wieder vier Zipfel, so ähnlich wie ihr es eben schon gemacht habt. Und nun faltet den untersten Zipfel und den zweiten Zipfel von oben richtig fest in die Mitte. Und wickelt das Ganze wie zu einer Röhre zusammen. Lasst euch von meiner Brille, die ihr auf dem Bild seht, nicht stören, die habe ich da vergessen. Und nun die beiden Zipfel, die nach außen stehen, klebt mit etwas Klebestift zusammen. Fertig ist der Kirchturm. Und nun ist die Kirche fertig, fast. Es fehlt noch das Kreuz. Und es fehlen noch Fenster und Türen. Und das Dach könnt ihr auch noch anmalen. Und jetzt ist eure Kirche fertig. Aber die Glocken fehlen noch. Und jetzt ist die Kirche fertig.